Watashi ni dekiru foto hitotsu zutsu kanaetai Yume ni mukatte hitotsu zutsu arukou Watashi ni dekiru foto anata ni mo tsutaetai Akira-menai-de Ja, freut mich auch. Ich bin Lynette Bishop. Yoshika, hast du dir gemerkt, wo all die Räume sind? Ja, naja, zumindest fast. Das hier ist mein Zimmer. Was? Das ist ja direkt neben meinem. Ach, wirklich? Dein Zimmer ist ja noch ganz leer. Ja, ich hab all meine Sachen in Fuso gelassen. Für Möbel und Alltagsgegenstände kenn ich einen guten Laden. Er ist zwar weiter weg, aber der Weg lohnt sich. Wenn du willst, kann ich dich gern mal dorthin begleiten. Auch die anderen Witches haben beeindruckende magische Fähigkeiten und beschützen so die Heimat von vielen Menschen. Jede einzelne von ihnen ist wirklich unglaublich. Das einzige, was ich kann, ist Menschen zu heilen. Das ist auch eine wunderbare Kraft. Ich kann nichts Besonderes und halte alle anderen nur auf. Das glaube ich nicht. Lass uns weitergehen. Tut mir leid. Wind, West, Nord, West, Geschwindigkeit 3. Geschwindigkeit des Feindes, Position. Das ist es. Wenn ich die Geschwindigkeit des Feindes nach dem Ausweichen berechne und dorthin ziele... Okay, Yoshika. Du musst auf das Schiff schießen. Alles klar, verstanden. Du musst auf das Schiff schießen. Du sag mal, Linette, wir sind doch jetzt Freundinnen, oder? Aber nur, wenn du dann Lin zu mir sagst. Gut, dann also Lin. Ja, freut mich, Yoshika. Hey, Lin, ich krieg keine Luft mehr.